Man bereitet sich schon ein bisschen anders vor. Mbappé ist, glaube ich, vielleicht einer der Besten der Welt, vielleicht sogar der Beste der Welt. Man muss aggressiv sein gegen ihn, glaube ich, und man muss versuchen, ihn immer, wenn es möglich ist, zu doppeln. Ich glaube, alleine gegen ihn wird es schwer und das müssen wir als Mannschaft schaffen. Aber mental, klar, bereitet man sich vor und nimmt sich vor, die Zweiken einfach gegen ihn zu gewinnen. Es war eine schöne Nacht für uns alle hier in Dortmund. Es war außergewöhnlich, würde ich sagen. Es war historisch, was wir da gemacht haben. Das Spiel war auch sehr, sehr interessant, glaube ich, für jeden Fan. Ich glaube, einige hatten da auch einen Herzinfarkt, würde ich sagen. Es war einfach eine geile Nacht für uns alle hier in Dortmund.